Und wie er wieder aussieht, so bin ich in der Hose und ich habe kein Taktgefühl, deswegen singe ich auch nur so leise. Im Flüsterton, damit das keiner mehr kriegt. Taktgefühl. Boah, ein Killer gestern war richtig mies, ne? Weißt du, lässt mich tatsächlich auch wieder bis vor die Luke kriechen und drängt mich dann weg zum Haken. Und hat mir die Luke sogar noch geöffnet. Oh Gott, das ist echt assi. Kaya, du kannst halt da jederzeit opfern, um es zu leveln. Spielregeln sagen, das sei okay. Echt? Ich glaube, sie hätte vielleicht was dagegen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das Problem ist, du kriegst dafür keine Punkte, wenn du andere opferst. Ich wüsste ja nicht mal, wie ich jemanden hier opfere, ich bin ja kein, ich bin ja... Du müsstest mich einfach nur zurücklassen. Nee, das bringe ich auch nicht übers Herz. Damit würdest du mich tatsächlich opfern, wenn man es jetzt ernst nehmen würde. Ja, ist ja gut, Neokalshorn vom Dach. Die erste Drohne kam aus Schweden, Karlshorn. Der fliegt ja mit den Gänsen davon. mit meg 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 lass sie zurück lass sie zurück du sollst mich zurücklassen sagt immer dich würde ich auch nicht zurücklassen es sei denn du sagst ich habe dich noch nie absichtlich zurück lassen ich weiß ich war zufälligerweise dabei ich habe eindeutig zu viel kurs zu mir genommen heute was auch wenn es gleich in die runde gestartet hat jetzt da ich rufe wahrscheinlich ja da kannst du dich einfach im spinn verstecken dann passt das aber immerhin so können wir dann wenigstens mal ansonsten wäre es wahrscheinlich so dann ruft er vielleicht wirklich erst in der stunde an oder in eineinhalb so und ich sitze dann hier alleine und 14 verschiebt sich weiter nach hinten weil ich glaube so der ein oder andere wartet dann nämlich dann nehme ich auch ein bisschen drauf nein 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 und ich möchte ja meine 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 super tolle liebe nette community nicht warten lassen ich auch nicht will ja nie du bist auch dazu ich weiß ich weiß jetzt übrigens wie das mit ach so schnell hier ja wie heißt das denn noch mal das ding wie man links zulässt für die 60 sekunden ich habe endlich recht wo ist was man ich habe so eingestellt dass wenn jemanden link teilt dass das er blockiert wird na ach so es hat doch beim letzten mal gut beim letzten mal so nicht funktioniert weil ich ja noch den anderen mod mit drin also den anderen bot damit drin hatte der sehr blockiert hat du musst jetzt tatsächlich einfach nur dieses ausrufezeichen permit und dann den also dann lehrt hast oder den namen desjenigen der den link teilen darf okay eingeben also nur auf für dich info alles klären also nicht einfach nur permit sondern dann halt auch noch den namen ist der keller wieso bin ich hier schon wieder vorbelastet hier ja guck doch da ist doch dieses komische dings da wo ist da ja du bist das ziel des wir kämen von gegen corona ich habe die becken gesehen ich wusste ich komme online und die sache hatten haken ich wusste es das schlimmste ist eigentlich nur dass die dinger wieder blockiert sind sind die olle seuche war die eine schon vollgekutzt jo hi unter oh nein oh nein ah sie ist da hinten hast du gesehen jo die ist genau in die richtung wo du gerade hingehst oh weißt du ich lehne mich so nach links zurück ne in der hoffnung dass ich besser gucken kann ja aber geht das ja nicht dazu müsste ich ja den charakter bewegen ich dachte du gehst sie erst in den sprint rein ne tatsächlich nicht der ist endlich frei hier der generator ne oh danach suche ich auch schon oh da ist ein totem und da kann ich nicht hin weil da die Corona da ist was ist sind denn eigentlich alle generatoren jetzt gesperrt oder ja oh wie lange dauert das denn das so mies das ist nicht vielleicht so lange bis einer hängt ne jetzt guck mich nicht so an jetzt ist es Ich hasse dich, Daddl. Wieso Jumpscare? Jo. Ich glaub es kommt. Ja. Scheiße, dachte sie rennt vielleicht weiter. Hey, kotzt mich nicht an, man. Bist du behindert oder was, ey? Geh weg. Kranker teilen, 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 kranker teilen. oder es kommt schon jemand oder mc thomas du hast du hast du hast du hast mich gefragt ich habe nicht Ja, Rammstein. Sehr geil. So. Ramm den Stein. Hallo. Hallo. Lauf mir doch nicht vor den Füßen rum, ey. Ja, Entschuldigung, ey. Nee, nichts, ey. Ey, boah, ey, ey. Cool, ey. Boah, ey. Wollen wir sie retten? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg, denn. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das jetzt wieder mache, sterbe ich irgendwie. Gott, vorsichtig, ich glaube, es kommt. Ich höre bis jetzt noch nichts. Ach, es kommt zu mir. Oh Gott, warum? Geh weg. Gott, dammit. Es versucht mich wieder anzukotzen. Es versucht mich wieder anzukotzen. Ach ja. Corona, uh, na, na. Ach, da liegste. Behinderte, kleine. Muss mich wieder aufregen am frühen Morgen. Vor allem am frühen Morgen. Oh, scheiße. Der kommt in meine Richtung. Oh! Natürlich siehst du mich. Wer, ich meine, der eine Ecke ist liegen geblieben. Ach, scheiße. Wenn die mich nicht bewegt, wäre, glaube ich, alles gut gewesen. Ach, Corona. Nein, bring mich doch nicht in den Keller. Da komme ich doch nie wieder lebend raus. Oh, scheiße, echt? Ja, natürlich. Denkst du, ich erfinde das? Tränke ich Fanta Cola, Energy oder Wein? Wein. Die Frage stellt sich doch gar nicht. Ich glaube, du wirst gerettet. Ansonsten... Ja. ... bin ich auf dem Weg. Werde ich. Der hat gesagt auch Wein. Nein. Ist das du? Zwei gegen Wein. Äh, einen. Weißt du? Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh! Geh weg, geh weg. Oh! Ich darf nicht mehr am Haken hängen. Nee, ich komme gerade zu dir. Heil mich mal. Ja. Komm her. Warte, einmal hier hinten hin. Schnapp dir die einzige Flasche Wein im Keller. Ja, ich habe ansonsten noch, ich glaube, zwei Flaschen... Nee, zwei... Scheiße. Entschuldigung. Zwei Flaschen Sekt in der Garage und eine Flasche Wein in der Garage. Und ein Scheiße, du Kleiner. Und ein Scheiße. Das hast du ganz toll gemacht. Wer ich? Ja, sie sieht ja, wenn du verkackst. Echt jetzt? Ja, das habe ich dir aber schon mal gesagt. Sie sieht, wenn du die Generatoren verkackst und sie sieht, wenn du... Ja, du weißt doch, dass ich den... ... die Heildinger verkackst. Darfst du nochmal am Haken, oder? Das ist mein letztes Mal. Also, ich darf hier so einmal hängen und danach muss ich aber gerettet werden. Länger darf ich nicht. Ja, ich bin ja hier. Und wieder in den Keller. Ja, komm! Kampel dich frei! Scheiße. Okay. Ey. Die Schlevenz sind hier irgendwo rum. Stimmt. So, und jetzt brauche ich keinen Fehler. Wer ich? Ja, natürlich, du! Oder? Ah, nee! Scheiße, wie? Oder? Sie läuft. Ja, so, ich bin geil. Da hinten läuft sie. Ich wollte gerade sagen, hebst du sie auch auf, oder? Wir hätten übrigens auch im Keller. Feinlich. Nee. Nee. Beweg dich bloß noch nicht. Toll, das hat die alte mir auch noch angesteckt, ey. Das ist ja widerlich. Und dann darf ich dir jetzt auch nicht zu nah kommen. Nee. Toll, jetzt haben wir die Brunnen wieder... Gibt es hier auch irgendwo noch einen Generator? Ah, geh weg! Ah, du! Pitsch, ey! Ah, das ist sein letztes Mal, da, ne? Yep. Juhu, ich werde Feuerwehrmann. Juhu, die sitzt noch an dem dran. Hier wird nicht gemeckert, hier wird frohlockt, Kaya. Oh, scheiße. Die hat mich gesehen. Ich bin so frohlockt, ich kann es kaum in Worte austauschen. Ja, natürlich hat sie mich gesehen. Scheiße. Ja, das... Das war kackig. Weil, nee, sie hat mich sogar laufen lassen. Ich würde eh nicht laufen gelassen. Oh. Scheiße. Oh, er ruft an. Bis gleich. Ja. Wir werden alle sterben. Ja. Du bist nicht so... Nee, du riechst ja noch irgendwie nicht. Scheiße. 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 Okay. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Ja, war ein Versuch wert. Ich gehe einfach weg. Sie findet mich nicht. Ich gehe einfach weg. Lass mich ausbluten. Nein, 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 nein. Nein, 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 bleib weg. Nein, Corona, lass mich. Corona, ich will nicht. Nein. Nein, das tut doch weh. Aua. Okay, also. Du hast da was in dir. Ja, Luna. Das gehört so. Das ist Massage. So. Jetzt muss ich einmal ganz kurz meinen Wald... Alter, ist das kalt in dem Keller. Nein, nein, nein. Das war meine Cola. Hilfe. Stimmt, Wasser hätte ich auch noch gehabt. Tod. Einmal mit Profis. Ja. Aber wenigstens habe ich keinen Punkt verloren. Das ist das... Das ist die Hauptsache. Wenigstens keinen Punkt verloren. Jetzt Kaube wieder da runter. Jetzt müssen wir nur so lange warten, bis... Geierleinchen... Wie er da ist. Ich mit Englisch mal. Na? Hallo. Fertig telefoniert? Ja. Sehr schön. Ach, du grüner Neuner. Ich sehe doppelt. Sieht am weinen. So viel habe ich noch nicht getrunken. Hallo Stuhl. Schön dich kennst zu lernen. Willkommen bei uns. Wer fällt auf? Du siehst nicht so aus, wie die üblichen Streamerstühle. Was gefällt mir? Und? Wie geht es dir so? Wie rollt es sich bei dir? Da du jetzt dazugehörst, gibt es schon irgendwie ein Herz hier. Oh, ihr wart ja richtig lieb zu meinem Stuhl. Liebe geht raus für den Stuhl. Ja, der hat es auch verdient. Der muss ja auch mal, ne? Gott, welche Droge habe ich heute genommen? Ach Gott. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Kann ich dir beim besten Willen nicht so... Ja, ich habe meine Stimmbänder gereinigt. Du hast Stimmbänder? Du nicht? Ich wollte ganz sagen, was klopft denn hier, ey? Sina, was machst du denn da? Hm? Wo juckt es denn da? Und mir juckt es auch in ganz bestimmten Stellen. Okay. Ja, so im Nacken, am Rücken. Eieiei. Oder in den Achselhöhlen. Eieiei. Ja, Sklave, kratzt mal. Also nicht du, Frutus meine ich. Jaja. Boah. Übrigens, es wurde heute Periode geklippt, ne? Echt? Ja, wie ich Periode gesungen habe. Ich habe mir das Desaster noch nie angeguckt. Periode. Periode. Ich hatte deinen Stuhl. Mein Stuhl sieht deinen Stuhl als Konkurrenz an. Verbrenne deinen Stuhl. Ey! Lass meinen Stuhl in Ruhe. Stuhli kann nichts dafür. Stuhli. Oh Mann. Stuhli ist schon damit gestraft, dass Stuhli meinen Hintern tragen muss. Was? Das ist ja Stuhl. Der hat mir noch gar nicht mit den Stiefeln geschissen. Achso, ne. Darum geht es gar nicht. Das ist doch Mobbing. Büro. Labor. Büro. Ja, was denn? Mh. Ja, okay, ich folge dir. Mh. 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 Ich mach ja grad den Generator fertig deswegen. Ja, ja, ich häng mir ein bisschen. Mach mal in Ruhe. Ja, mach ich auch. Du hast ja noch genug Zeit. Jetzt hängst du ja erst seit ein paar Sekunden. Ja, ja. Ja, ich rette dich schon noch. Keine Angst. Der Generator ist ja eh gleich fertig. Generateur heißt das. Man will immer noch, dass du mich zurücklässt. Ich komm dich jetzt retten. Es ist grad so schwierig, dich zurückzulassen. Ich häng hier so ein bisschen dumm rum. Komme. Alter, hör doch mal auf, ey. Ich komme. Ja, alles gut. Hauptsache sie ist jetzt nicht hier. Nein. Ah, dann komm ich nicht so nah. Ich komme gleich hinter den anderen her. Okay. Warte, ich muss erstmal kurz meine Krankheit treten. Ja, ich glaube, du wirst dann sowieso komplett geheilt. Ja. Ja. Gott, wo hängt sie denn? Am Arsch der Welt. In der oberen Etage. Ach du Scheiße. Huch. 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 Ja, ich bin irgendwie... Von selbst aufgehört. Ja, mach doch nichts. Und dafür, dass ich das Ziel der Begierde bin. Da bin ich relativ gut in Ruhe gelassen bisher. Äh, äh, äh. Sie war jetzt glaube ich aber ein Standardcharakter, ne? Die solche, oder? Uh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann gut möglich sein, aber... Ich werde mich da jetzt auch nicht so wirklich drauf verlassen. Ne, ne, alles gut. Warte, ich mache hier nur kurz das Tote. Hm. Huch. War schwer damit hingefallen. Genau, eine? Nee. Ich finde es aber immer gut, wenn wir sie nicht hören. Ja. Ich auch. Aber sie scheinen doch gerade auf der anderen Seite der Räume hier zu sein. Also das Komplexe ist. Aber schön, dass wir die Generation fertig machen. Ja gut, die anderen können ja nicht scheinbar. Ja, die eine ist glaube ich, ja. Wir sind beide out of order. Die eine kriecht da so ein bisschen vor sich hin. Ja, sie wird da auch noch in der Ecke sein. Oh, lass mich, dass das hier wirklich wirklich verkacken wird. Wenn wir wieder gesessen haben. Ich kriege den, kommt. Oh, die andere liegt auch. Ja. 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 Ja, dann spinnt. Okay. Okay, sie geht in die Richtung. Nein. Da geht's zu. Jetzt hat die mich auch noch angestetzt. Ey. Oh. Ey. 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 Ey, auf mich anzustecken. Wo ist hier so ein Brunnen? Ach hier. Gerade hier bei mir in der Nähe auf jeden Fall. Geht da jetzt hin hier. Wer liegt jetzt schon wieder? Die andere Tuse da. Ach, jetzt bin ich nicht mehr das Ziel der Bergierde, das ist gut. Ach komm, wir brauchen nur noch zwei Generatoren. Wo ist denn der Weg nach oben? Ich weiß gar nicht, wo ihr beide seid. Ich glaube, ich war bis eben gerade noch hinter dir. Jetzt habe ich aber dich irgendwie verloren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt unter mir ist oder ob sie auf meiner Tausche ist. Da kopfst du gleich wieder irgendwas zu. Also nicht mich. Na komm. Wenn sie unten bleibt, habe ich Glück. Aber sie turnt unter mir, glaube ich, rum. Ja, ist unter mir. Aber ich brauche mich drauf. Da. Ja, zum break. Ich freue mich. Da, was ich zu dir? lorisch? Na komzor? Ich brauche mich nicht. Generator zur Hälfte. Fertig. Okay. Fast bis zum Ende. Ich hab ihn gleich. Wenn man hier diese Totems zerstört, das sieht sie aber nicht, oder? Weiß ich nicht. Dann lass es mal lieber. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken. Nee, du hast mich nur blockiert. Einen Generator brauchen wir noch. Gott. Okay, sie ist direkt hier vorne. Ich weiß, dass ich... Ah, nee. Wird grad sagen. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh. Alter, wir brauchen nur noch einen Generator. Ah, hier ist noch einer. Ich hasse dieses Mistvieh. Ich hasse es einfach. Okay. Rettungsaktion. Ich hasse es aufgeregt hier. Ja, wir brauchen nur noch einen Generator. Da, wo ist sie? Ich höre sie. Die ist direkt unter uns. Also, direkt bei mir hier. Geht jetzt hoch. Ja, da bin ich ja auch. Geh weg. Du wirst viel. Hau ab. Oh, Mann. Scheiße. Ich hasse durch. Entschuldigung, ich muss die andere retten. Mach einfach. Wenn ich jetzt eh hänge, dann ist sowieso... hell im Gelände. Weiß so. Die Toos hat mich angesteckt. Na, egal. Wir schaffen es eh nicht. Vielleicht ja doch. Ja, dazu müsste Madame hier mal was machen und nicht wegrennen. Aber Madame kann nichts anderes als wegrennen. Ich bin jetzt nämlich... Ich bin die Einzige, die bis jetzt... Also, wie gesagt, bis jetzt nicht hängt. Ich hänge jetzt das erste Mal. Ja, hängt mich im Keller auf. Na gut, dafür kriegen die jetzt auch Punkte. Was haben die heute alle mit ihrem Keller, ey? Das Einzige Gute ist, dass man halt für die Zeit im Keller auch Punkte kriegt. Das sieht auf jeden Fall süß aus, als wenn sie mich retten würde. Irgendwann nichts. Ich konnte, als hat sie nichts für. Sie hat mich im Spind gefunden. Ich glaube, sie hat mich deswegen gefunden, weil ich... reingerannt bin und nicht reingeschlichen. Oder weil sie sich gedacht hat, ich bin da drin. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher, weil sie gesehen hat, dass ich reinrenne. Kaya hat auf dem Schrank gezeigt. Kaya war tot. Ja, Mädel. Genau. Ich rette mich erst dann, wenn... ... die zweite Phase begonnen hat. Oh! Ich glaube, es hat sogar mal geklappt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich damit mal klarkomme mit der scheiß Taschenlampe. Aber, naja. Aber, naja. Was machst du da? Juhu! Good joke! Good joke! Sag doch, wir schaffen es nicht! Ja, wir haben ja die komische... Ja, wir haben halt beide auch von Anfang an keine Generalaktoren gemacht. Ja, jetzt brauchst du da auch nicht mehr versuchen, irgendwas zu machen. Das ist doch gar nicht, ey. Doch, bei Roller. Ja, da gibt's alles. Aber ich hab mal einen Punkt gekriegt. Also, komm. Schied was drauf! Du mit deinem... Du mit deinem... Die hat doch nichts gemacht. Vor allem, das ist ein Stufe-20er-Killer. Ja, so ist das. Benediktor. Yum, yum. Nabffencula.